An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Du kommst hier mit in deiner Laune rein. Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich es unseren Frauen verstehe. Soll ich bei dem bleiben, was mich glücklich macht? Verschwinde! Warum lasst du von mir davon? Es hat sich ja gezeigt, dass es die richtige Entscheidung macht. Ich war verwirrt. Das mit dem Mädchen. Ich war einfach verwirrt. Du bist so ein schäbiger Lügner. Nein. Sie bedeutet mir nichts. Ich hab Sehnsucht gehabt nach dir. Sie hat das ausgenutzt. Sie bedeutet mir nichts. Ja, genauso wie du mich ausgenutzt hast. Genauso wie ich dir nichts bedeute. So ist das nicht. Oh doch. Du gibst all denen recht, die immer versucht haben, dich mehr auszureden. Und sie haben verdammt recht. Womit? Dass ein dreckiger Holzfäller, wie du es bist, mich nicht verdient hat. Dreckiger Holzfäller, ne? Du ekelst mich an. Du ekelst mich an. Du ekelst dich. Untertitelung des ZDF, 2020